Hier ist das Bürgertelefon, Schneider. Guten Tag, Maya. Ich hätte gern eine Auskunft zur Ummeldung meines Wohnsitzes. Könnten Sie mir bitte sagen, welche Dokumente ich dafür brauche? Als Bundesbürgerin brauchen Sie einen gültigen Personalausweis und die Abmeldung von Ihrem vorherigen Wohnsitz. Gehen Sie damit zum Meldeamt. Kann ich die Abmeldung auch über das Internet machen? Denn ich bin ja schon hier in Berlin. Da müssen Sie mal online gehen und sehen, was an Ihrem alten Wohnsitz üblich ist. Aber ich rate Ihnen, erst mal einen Zweitwohnsitz anzumelden. Die Abmeldung können Sie dann später machen. Gut, das mache ich dann. Vielen Dank. Bitteschön. Während der kalten Jahreszeit haben viele Menschen unter trockener Haut zu leiden. Oft hat das nicht nur mit der Jahreszeit, sondern auch mit der Veranlagung und dem Lebensstil zu tun. Vorbeugend empfehlen die Fachärzte, im Winter genug Wasser zu trinken, die Haut nur mit milden Pflegeprodukten zu reinigen und stets mit einer leicht verträglichen Creme einzureiben. Gewöhnliche Seifen und übertriebenes Waschen können der Haut sogar schaden. Wer eine gesunde Haut haben möchte, sollte auch auf Rauchen und Alkohol verzichten. Erzähl mal, wie war denn Dein Geschäftsessen gestern? Eigentlich recht gut. Das Sternekoch in der Striesemannstraße ist durchaus geschmackvoll eingerichtet. Stilgerecht alles 50er Jahre. Jedenfalls, soweit ich das beurteilen kann. Auch der Service ist sehr gut. Alle sind höflich und zuvorkommend. Wenn man die Speisekarte liest, ist man beeindruckt. Und uns hat das Essen auch wirklich gut geschmeckt. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Die winzigen Portionen sind viel zu teuer. Man kann da eigentlich nur auf Firmenkosten hingehen. Wie ist das Vorstellungsgespräch für Dein Praktikum denn gelaufen? Recht gut. Der Zuständige hat über eine halbe Stunde mit mir gesprochen. Dabei ging es um meine Erfahrungen, meine Lieblingsfächer und meine Vorstellungen, was die Zukunft angeht. Klingt gut. Wann bekommst Du denn Bescheid, ob sie Dich nehmen? Das dauert noch eine Weile. Außerdem muss ich noch einmal kommen, haben die mir gesagt. Da soll ich noch einen Eignungstest machen. Ach so. Kannst Du mir mal helfen? Klar. Was gibt's? Ich möchte diese App herunterladen, aber das funktioniert nicht richtig. Mir ist nicht klar, was da schiefgelaufen ist. Naja, da sind bestimmte Benutzungsbedingungen. Und hier steht, dass der Anbieter für die App auf Deine Smartphone-Daten zugreifen darf. Du musst dann auf Ja klicken und dann kommt die App auf Dein Smartphone. Welche Daten meinen die denn? Steht hier doch. Deine Fotos, Dein E-Mail-Account, Dein GPS und so weiter. Und wenn ich das nicht möchte? Ich glaube, dann kannst Du die App nicht herunterladen. Ich habe ein Stipendium und gehe für ein Jahr nach New York. Dort arbeite ich an meiner Bachelor-Arbeit. Die deutsche Stipendienorganisation hat mir vorgeschlagen, im Studentenwohnheim zu wohnen. Aber das übersteigt mein Budget. Okay. Weißt Du, wo ich da billig wohnen kann? Als ich letztes Jahr in den USA war, habe ich über eine Website günstige Privatübernachtungen gefunden. Aber immer nur für 10, maximal 14 Tage. Nicht für längere Zeit. Kontaktiere doch die Uni dort und bitte um Vermittlung eines Privatzimmers. Vielleicht kann man da irgendwo kostengünstig zur Untermiete wohnen. Wenn man etwas als Gegenleistung anbietet, zum Beispiel Deutschunterricht. Ja, das versuche ich mal. Hallo Leute, da sind wir wieder mit Künstler von morgen. Heute unterhalte ich mich mit Andreane Bartoli, einer Opernsängerin von morgen. Hallo Andreane. Hallo. Andreane, wie wird man eigentlich Opernsängerin? Ich habe erst klassischen Gesang studiert, in Italien. Und jetzt mache ich hier in Mainz meinen Master im Bereich Oper. Da studiere ich natürlich weiterhin Gesang. Dazu kommen musiktheoretische Fächer, intensiver Schauspielunterricht und für die anderen noch Italienischunterricht. Den du selbstverständlich nicht nötig hast. Ist denn das Studium der einzige Ausbildungsweg? Es gibt noch den Weg über den Privatlehrer, aber das ist heute eher selten. Da konzentriert man sich ausschließlich auf den Gesang, was mir zu einseitig wäre. Und ich glaube, auch für die heutigen Anforderungen des Berufs, ohne eine solche umfassendere Ausbildung, ist man hinterher doch sehr eingeschränkt, hat keine Möglichkeit für ein zweites Standbein. Für den Fall, dass es mit der Opernkarriere nicht klappt? Naja, um eine erfolgreiche Opernsängerin zu werden, muss man nicht nur viel können, sondern eben auch ein bisschen Glück haben. Mir ist durchaus bewusst, dass Opern nicht das Publikum haben wie andere Musik. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht vorzusorgen, sich andere Optionen offen zu halten. Du sagst viel können. Was braucht man denn außer einer guten Stimme? Außerhalb der Musikwelt wird Gesang, auch Operngesang, sehr unterschätzt. Die meisten denken, man braucht einfach eine gute Stimme und sonst nichts. Man muss aber auch sehr diszipliniert sein und sehr, sehr viel an sich, an seiner Stimme, seiner Schauspieltechnik arbeiten. Während meines Studiums habe ich bereits an verschiedenen Opernaufführungen teilgenommen. Einmal habe ich sogar mit der Bonner Jugendoper eine Hauptfigur singen dürfen. Das ist ein harter Job und der Druck ist einfach unvorstellbar. Aber andere Sänger, Pop- oder Rocksänger geben doch auch Konzerte. Mit Mikrofon, wir nicht. Eine Opernaufführung ist kein Konzert, sondern im Grunde eine Theateraufführung. Nur, dass eben nicht gesprochen, sondern gesungen wird. Aber die Schauspieler haben es da noch besser. Die haben kein Orchester. Wir müssen so singen, dass man uns trotz des Orchesters noch hört. Dazu braucht man eine gute Technik, aber auch viel Kraft. Ja, richtig. Andriane, eine letzte ganz andere Frage. Woher hast du deinen ungewöhnlichen Namen? Den gibt es sonst eigentlich gar nicht. Meine Eltern wollten mich Andriana taufen, aber mein Großvater war Geigenbauer. Eine der berühmtesten Geigen der Welt ist die Lady Blunt Stradivari. Und diese Lady Blunt, sie war übrigens die Enkelin von Lord Byron, hieß Anne, also Anne. Andriane ist dann als Kompromiss herausgekommen. Andriane, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Gespräch in der Sendung Unsere lieben Kids. Bei mir im Studio sind Herr Markus Eberfeld und die Familienberaterin Gerlinde Tauber. Herzlich willkommen. Guten Tag. Hallo. Kindergeburtstage werden immer häufiger von professionellen Geburtstagsplanern organisiert, etwa in Partytempeln oder Vergnügungsparks. Nicht selten sind sie ein groß angelegtes Event, das nicht nur den Eltern, sondern im Grunde auch den Kindern den letzten Nerv raubt. Herr Eberfeld, Sie gehören zu den leidenden Eltern. Nicht mehr, hoffe ich. Meine Frau und ich haben beschlossen, uns aus diesem Wettbewerb auszuklinken. Das ist auch das Beste, was Sie tun können. Das nimmt ja kein Ende. Es muss immer noch größer, noch aufwendiger sein. Ja, soweit ich mich kundig gemacht habe, kostet ein Standardfest so um die 300 Euro. Kommen extern gebuchte Zauberer oder Clowns hinzu, kann sich das schnell verdreifachen. Aber der Kostenpunkt ist gar nicht das Schlimmste. Ich habe mich anlässlich meiner Enkel erstmalig mit dem Thema befasst und musste mit Schrecken feststellen, dass es bei diesen Events völlig an freiem Spiel fehlt. Das wurde uns dann auch bewusst. Da ist ja alles völlig durchorganisiert und festgelegt, selbst wann gelacht wird. Die Kinder machen nichts, ja, dürfen gar nichts selbst machen. Und es fehlt das Miteinander, dass die Kinder schöne Stunden miteinander verbringen. Ja, sie werden zu perfekten Konsumenten herangezogen. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für diese Mode? Außer beengten Wohnverhältnissen. In meiner Jugend hatte man meist auch nur kleine Wohnungen. Heute jedoch meinen viele Eltern, ihren Kindern etwas Einzigartiges, Pompöses bieten zu müssen. Oft an den Bedürfnissen der Kinder vorbei. Meine Frau und ich gehören eher zu den Gutverdienern. Es war der Zeitmangel. Oder, um ganz ehrlich zu sein, die Prioritäten. Das Meeting ging immer vor. Und so ist das bei vielen. Aber es gibt doch Ratgeberbücher und auch Veranstalter, die pädagogisch wertvoll gestaltete Feiern vorschlagen. Wir haben so einen Veranstalter mal ausprobiert. Das war wie ein Schulausflug ins Naturhistorische Museum, nur mit Geschenken. Als Geburtstagsfeier bleibt das kaum in Erinnerung. Herr Eberfeld, wie wurde denn bei Ihnen der letzte Kindergeburtstag gefeiert? Mit einem Picknick im Stadtpark. Das war in Nullkommanix organisiert. Absolut locker. Und die Kinder erzählen immer noch davon. Perfekt. Aber die Idee dazu hatten Sie sicher nicht aus einem dieser Ratgeber, oder? Nein. Na dann bleibt zu hoffen, dass sich viele Hörer und Hörerinnen durch dieses Gespräch inspirieren lassen. Frau Tauber, Herr Eberfeld, herzlichen Dank, dass Sie hier im Studio waren. Mein heutiger Vortrag trägt den Titel Sozialer Wohnungsbau in Chile – ein Vorbild. Als der visionäre Architekt Alejandro Aravena vor der Aufgabe stand, ein nach dem Erdbeben 2010 zerstörtes Wohngebiet der chilenischen Stadt Constitución wieder aufzubauen, setzte er sich zuerst mit den Bewohnern des Viertels zusammen. Für den Wiederaufbau hatte er nur etwa 10.000 Dollar pro Familie für Grundstück und Hausbau zur Verfügung. Die Betroffenen sollten nun Wohneigentümer werden und als solche auch ein Mitspracherecht genießen. Entscheidend war für Aravena so zu bauen, dass sich die Familien dort wohlfühlen. Mit ihnen zusammen entwickelte er ein einfaches, aber bestechendes Konzept. Einen Bauplan für eine Siedlung mit sogenannten guten halben Häusern, die dank seines Designs später aufgewertet werden können. So ein gutes halbes Haus hat 40 Quadratmeter Wohnfläche, was in Chile für eine Familie in ärmlichen Verhältnissen der Durchschnitt ist. Allerdings besteht die Möglichkeit, weitere 40 Quadratmeter selbst hinzuzubauen und damit das Haus aufzuwerten. 80 Quadratmeter Wohnraum stehen in Chile nämlich Familien des Mittelstandes zur Verfügung. Sobald die Bewohner des ehemaligen Armenviertels Geld dafür hatten, wollten sie ihre Häuser ausbauen können. Das war besonders wichtig für sie. Und tatsächlich sind inzwischen viele der guten halben Häuser zu ganzen guten Häusern mit 80 Quadratmetern Wohnfläche geworden. Aber auch die kleine Version der Häuser ist voll funktionsfähig, denn jedes Haus besitzt die Grundausstattung, nämlich neben dem Wohnraum auch Küche und Bad. Aravenas Siedlung, die Siedlung Villa Verde, steht nun auf einem tsunamisicheren, hochgelegenen Landstrich. Die kleinen Häuser sehen wie eng nebeneinander stehende, schmale Reihenhäuser mit zwei Stockwerken aus, immer direkt mit Platz für den möglichen Anbau daneben. Mit seinen Ideen hat Aravena den sozialen Wohnungsbau revolutioniert. Nicht nur, indem er die Betroffenen von Anfang an mitentscheiden ließ, sondern auch, weil er keine seelenlosen Gebäude bauen wollte. Gebäude, die die Armut einbetonieren, statt sie zu bekämpfen. Eine Bauform, die man leider auch in Europa häufig findet. Denkt man da zum Beispiel an den sozialen Wohnungsbau in Deutschland, an die großen Plattenbausiedlungen oder andere charakterlose, hohe Häuser mit winzigen, absolut identischen Wohnungen, die über viele Stockwerke verteilt sind, dann wird einem der Unterschied klar. Monotonie und Anonymität einerseits, Vielfalt und die Möglichkeit, kleine Träume zu verwirklichen, andererseits, belohnt wurde Aravena für seine innovativen Ideen und Entwürfe mit dem Pritzker-Preis für Architektur, dem Oscar der Architekten. Dieser Preis würdigt neben seinen bahnbrechenden Ideen zum sozialen Wohnungsbau auch die Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit all seiner Gebäude. Hier möchte ich meinen Vortrag beenden, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.